Der Prolog von Uchrit vom 13. Dezember Gedenken Die heiligen Märtyrer Evstratios, Avxentios, Evienios, Mardarios und Orestes Diese fünf mutigen Männer leuchten wie fünf strahlende Sterne in den dunklen Tagen der Christus verfolgenden Kaiser Diokletian und Maximian. Der heilige Evstratios war ein römischer Kommandant in der Stadt Satala, Evienios war sein Gefährte in der Armee, Orestes war gleichfalls ein bekannter Soldat, Avxentios war ein Priester und Mardarios war ein gewöhnlicher Bürger, der wie Evstratios aus der Stadt Arauraca stammte. Die kaiserlichen Gouverneure Lysias und Agricolus materten zuerst Avxentios, da dieser Priester war. Als Evstratios die Leiden der unschuldigen Christen sah, trat er vor Lysias und bekannte, dass er auch Christ sei. Während Evstratios gematert wurde, erschien Evienios vor dem Richter und rief, Lysias, ich bin auch ein Christ. Als Evstratios zusammen mit anderen Märtyrern durch die Stadt Arauraca geführt wurde, sah sie Mardarios vom Dach seines Hauses. Er nahm Abschied von seiner Frau und seinen beiden kleinen Kindern und eilte den Märtyrern nach. Sogleich rief er den Quälern zu, ich bin auch Christ, wie mein Herr Evstratios. Als Orestes in Gegenwart von Lysias an einer Waffenübung teilnahm, fiel das Kreuz, das er auf der Bus trug, zu Boden und Lysias erkannte, dass er auch Christ war. Darauf bekannte Orestes öffentlich seinen Glauben. Orestes war ein junger, stattlicher Soldat und überragte alle anderen Soldaten. Avxentius wurde enthauptet, Evienios und Mardarios starben unter der Folter. Orestes verschiet auf einem rotglühenden Eisengrill und Evstratios starb in einem Brennofen. Der heilige Blasius, Gedenken am 11. Februar, reichte dem heiligen Evstratios vor dessen Tod die heilige Kommunion. Ihre Reliquien wurden später nach Konstantinopel gebracht und in der Kirche, genannt die heiligen fünf Gefährten, die ihrem Gedenken geweiht wurde, beigesetzt. Man sah sie bald darauf lebendig in jener Kirche und der heilige Orestes erschien dem heiligen Dimitri von Rostov, Gedenken am 28. Oktober. Ein schönes Gebet des heiligen Evstratios ist erhalten geblieben, das im Mitternachtsgottesdienst des Sonnabends gelesen wird. Hochpreisend segne ich dich, o Herr. Die heilige Märtyrerin Lucia, die Jungfrau. Mit ihrer Mutter besuchte die heilige Lucia das Grab der heiligen Aratha in Catania, Gedenken am 5. Februar. Ihre Mutter, die an Wassersucht litt, wurde dort in der Kirche auf wundersame Weise geheilt. Lucia verteilte ihr ganzes Gut an die Armen und dies erzürnte ihren Verlobten, der sie vor dem Richter Pasranius als Christin anzeigte. Der bösartige Richter befahl, sie in ein Dürnenhaus zu bringen, dass sie dort geschändet werde. Doch durch die Kraft Gottes blieb sie unbeweglich wie in der Erde verwurzelt und nicht einmal eine große Zahl von Menschen konnte sie von der Stelle bewegen. Dann durchbohrte ein wutentbrannter Heide ihre Kehle mit einem Schwert und sie übergab Gott ihre Seele und nahm ihre Wohnstadt ein im Reich der Ewigkeit. Lucia erlitt das Martyrium im Jahr 304 In der schrecklichen Zeit der Türkenherrschaft über Serbien reiste dieser große Hierarch nach Russland, wo er an der Moskauer Synode von 1655 teilnahm. Als er zurückkehrte, wurde er des Hochverrates angeklagt. Einige boshafte Hebräer beschuldigten ihn außerdem, er habe Hebräer zum christlichen Glauben bekehrt. In ihrer Anklageschrift führten sie an, er würde versuchen, auch Türken zu bekehren. Die Hebräer taten dies, um die türkischen Behörden noch mehr zu erzürnen. Man stellte ihn vor Gericht und er wurde dazu verurteilt, zum Islam überzutreten. Da Ravriel sich weigerte, wurde er nach einer Zeit im Gefängnis zum Tod verurteilt und in Brusa im Jahr 1659 gehängt. So ging er fort zu seinem geliebten Christus, um von ihm eine doppelte Krone zu empfangen, die des Hierarchen und die des Märtyrers. Lobeshymne Die heiligen Märtyrer Evstratius, Avxentius, Evgenius, Mardarius und Orestes Fünf Gefährten, Soldaten Christi, furchtlose Helden, ehrenwerte Märtyrer Spott und Foltern, Feuer und Schafott, für euch war all dies wie ein kindisches Spiel. Keiner von euch willigte ein in Roms Verdorbenheit. Freudigen Herzens lettet ihr für Christus. Evstratius, der wundervolle und heroische Herrführer, verachtete des Kaisers Güte und diese weinende Welt. Wie mit einem lebendigen Feuer, das das Herbstlaubt verbrennt, schritten die anderen Gefährten zur Tortur. Avxentius, der Priester, ein gläubiger Diener Christi, erduldete viel Spott um Christi Willen. Evgenius, der Soldat und der wundervolle Orestes, verhöhnten den Tod der Auferstehung gewiss. Mardarius verließ Frau und Kinder, damit er wie auch sie auf ewig verherrlicht werde. O heldenhafte Verbindung, Kinder der Gnade, nur die Kirche kann solche Männer wie euch hervorbringen. Nur der Geist Gottes schafft solche Herzen wie eure, er, der den finsteren Abgrund in Feuer verwandelt. Glorreiche Märtyrer, gedenket auch unser, und durch eure Gebete stärkt die Kirche. Betrachtung Almosen zu geben von dem, was man selbst benötigt, ist wahre Barmherzigkeit. Nicht zu sündigen, wenn die Versuchung zur Sünde groß ist, ist kostbar vor Gott. Als die heilige Lucia gesehen hatte, wie ihre kranke Mutter auf geheimnisvolle Weise geheilt wurde, schlug sie ihr vor, sie solle ihren Besitz als Almosen unter den Armen verteilen. Ihre Mutter erwiderte, dass sie nicht willens sei, vor ihrem Tod auf ihre Güter zu verzichten, war aber damit einverstanden, dass nach ihrem Tod Lucia damit verfahren könne, wie sie wolle. Zuerst bedecke meine Augen mit Erde, sagte sie. Dann tue damit, was du willst. Daraufhin erwiderte Lucia, Derjenige, der Gott nur das gibt, was er nicht mit ins Grab nehmen kann, ist Gott nicht sehr wohlgefällig. Wenn du etwas tun willst, was ihm gefällt, gib ihm das, was du selbst benötigst. Im Tod kannst du nichts davon verwenden und benötigst dann von ihm Dinge, die du nicht mitnehmen kannst. Es ist besser, Christus etwas zu geben, was du hast, während du lebst und es dir gut geht. Gib ihm alles, was du für mich beiseite gelegt hast und tue es jetzt. Die fromme Mutter hörte auf ihre Weise Tochter und handelte dementsprechend. Als der Folterer Pasrasius versuchte, die heilige Jungfrau zur fleischlichen Sünde zu zwingen, ließ Lucia nicht einmal den Gedanken daran zu. Als der Folterer drohte, dass seine Männer sie gewaltsam schänden werden, sagte er feixend, Wenn du besudelt bist, wird der heilige Geist von dir fliehen. Lucia, von Gnade erfüllt, erwiderte, Der Körper kann nicht ohne Zustimmung des Geistes besudelt werden. Und so ging die heilige Lucia in ihren Tod, nachdem sie ihren Besitz fortgegeben und ihren reinen, jungen Leib vor Befleckung reinbewahrt hatte. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Erfüllung jener Worte, die Noah an seine Nachkommen richtete. Genesis Kapitel 9 Wie sich die Söhne Japhets, die weiße Rasse, über die ganze Erde verbreiteten. Wie sie in den Zelten von Sem wohnten, das bedeutet in der Kirche, dem geistigen Zelt Christi, das mit dem Semiten den Hebräern begann. Wie die Stämme Hams sogar bis heute ein untergeordnetes Volk blieben. Homilie Über Isaac Und der Herr erschien ihm und sprach, Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und segne dich. Genesis 26, Vers 24 Der Weg, den die Gerechten gehen, ist immer ein harter Weg, meine Brüder. Stets sind sie hart bedrängt, entweder durch jene, die nicht an Gott glauben, oder durch jene, die an einem falschen Glauben festhalten. Abel wurde von seinem Bruder kein Unrecht getan. Noah und Lot waren gleichfalls von boshaften Menschen bedrängt und Abraham, Isaac und Jakob ebenso von den Heiden. Doch Gott lässt die Gerechten niemals ihren harten Weg allein gehen. Das sieht man deutlich im Leben Isaaks. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht. Isaac verstand diese Worte in ihrer überströmenden Bedeutung. Durch sie gab Gott ihm Mut und sie waren seine Erinnerung an seine Gegenwart. Er teilte ihm mit, ich segne auch dich um Abrahams Willen, und wie ich Abraham mitten unter den Heiden bewahrt habe, so werde ich auch dich bewahren. Und überdies sei du mir gegenüber treu, wie es dein Vater Abraham war. Isaac folgte dem Vorbild seines Vaters und wandte sich während seines ganzen Lebens niemals von Gott ab. Er bebaute die Erde und hütete seine Herden, wie es dein Vater getan hatte. Er war gerecht und demütig, vermied den Streit und tat Gutes. Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Genesis 26, Vers 28 Und jene, die ihn hassten und verfolgten, mussten dies schließlich zugeben. Gott, der Gott Abrahams, wurde daraufhin bekannt als der Gott Isaaks. O Herr, der du wunderbar bist in deinen Heiligen und den Namen deiner gerechten Heiligen gedenkst, gedenke auch unserer Namen in deinem Reich. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.